Heute verrate ich euch meine 10 Tipps für euren Erstbesuch im Disneyland Paris. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, es geht wieder ums Disneyland Paris. Wir haben in den letzten Tagen so viele tolle News gehört. Also das Jahr 2022 verspricht ein ganz besonderes zu werden. Ich bin schon sehr, sehr happy. Ich freue mich schon auf die nächsten Wochen, was wir noch alles so erfahren werden. Und wenn wir vielleicht auch mal so die ersten Bilder sehen von der Deko und und und. Aber das ist ein anderes Thema. Schaut euch da das andere Video an, was ich in dieser Woche schon hochgeladen habe zu den News, was alles so zum 30-jährigen Jubiläum passieren wird. Ja, bei Instagram und auch hier bei YouTube werde ich immer sehr, sehr oft gefragt, kannst du nicht mal irgendwelche Tipps geben zu einem Erstbesuch im Disneyland Paris? Weil viele von euch waren ja vielleicht noch gar nicht dort, haben vielleicht jetzt vor, in diesem Geburtstagsjahr, in diesem ganz besonderen Jahr, jetzt endlich dort mal hinzufahren. Und ja, es gibt da immer so ein paar Sachen, die sollte man beachten. Oder es gibt auch so ein paar Tipps. Und darüber wollen wir heute in diesem Video sprechen. Und ich denke mal, wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 oder Trick Nummer 1 ist überhaupt gar kein richtiger Trick, sondern es geht einfach darum, die richtige Reisezeit zu wählen. Ja, wann fahre ich am besten das erste Mal ins Disneyland Paris? Es gibt so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall beachten sollte. Wir haben jetzt Winter. Es ist natürlich sehr, sehr ruhig im Moment. Das heißt, in der Woche ist nicht wirklich viel los. Und auch an den Wochenenden ist es sehr, sehr moderat. In der letzten Woche, wo ich mit Brina dort war, war nicht wirklich viel Betrieb. Es war sehr, sehr angenehm. Und auch die Wartezeiten waren sehr, sehr gering. Im Sommer, wenn überall Ferien sind, sieht das natürlich ganz, ganz anders aus. Und da müsst ihr so ein bisschen abwiegen. Möchte ich eher im Winter fahren, im Frühling, im Sommer, im Herbst. Oder zur Weihnachtssaison, wenn dann schon wieder Winter ist. Mein Tipp ist natürlich jetzt diese Reisezeit. Januar, Februar. Wenn man einen Erstbesuch machen will, da kann man wirklich sehr, sehr viel erleben. Wir haben in der letzten Woche tatsächlich nette Leute kennengelernt, die auch zum ersten Mal im Disneyland Paris waren und dann schon an einem Tag den kompletten Disneyland Park abgrasen konnten. Was man aber beachten sollte, ist, dass gerade jetzt zu dieser Zeit sehr, sehr viele Attraktionen geschlossen sind und in Wartung sind. Zum Beispiel Pirates ist geschlossen, It's a Small World ist geschlossen. Es sind viele Sachen auch in den Walt Disney Studios zu, weil da ja der große Umbau ist. Das muss man natürlich dann in Kauf nehmen. Aber wenn man dadurch natürlich jetzt die anderen Attraktionen schneller besuchen kann, nicht so viele Wartezeit hat, hat man natürlich die Chance, mehr zu erleben. Was man auch noch beachten sollte, im Moment ist jetzt keine besondere Saison. Die Saison startet erst so am 6. März, dann mit dem 30. Geburtstag. Natürlich ist dann das Disneyland Paris nochmal umso schöner. Es ist überall Dekoration, es gibt Shows und, 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 die im Moment auch pausiert sind. Also da muss man schon so ein bisschen abwiegen. Möchte ich dann jetzt mit wenig Wartezeit vielleicht dorthin oder nehme ich etwas Wartezeit in Kauf und erlebe dann noch so ein bisschen mehr. Weil ehrlich gesagt, der Disneyland Park ist im Frühling und im Sommer natürlich mit am schönsten. Auch im Herbst, wenn die Blätter dann wieder fallen und alles so im Halloween-Kleid ist. Also das ist schon sehr, sehr besonders. Und dann kommt natürlich auch schon wieder die Weihnachtszeit, die gerade erst vorübergegangen ist, die natürlich auch besonders ist. Und ja, man kann jetzt Wartezeiten sparen, das ist richtig. Aber so wirklich den vollen Umfang oder halt eben das ganze Disney-Erlebnis hat man auch nur dann, wenn wirklich irgendeine Saison ist und wenn man auch die eine oder andere Show gucken kann. Und deshalb mein Tipp an euch, überlegt euch ganz genau, wann ihr fahren wollt, ob ihr vielleicht auf die eine oder andere Attraktion verzichten könnt und dann eher mal so ein bisschen Wartezeit in Kauf nehmt. Oder ob euch wirklich nur die Attraktionen wichtig sind, alles andere egal ist, weil dann wäre jetzt das eure Reisezeit, so im Januar und im Februar. Tipp Nummer 2 ist Pauschalen buchen. Darüber haben wir ja schon mal geredet, wenn es darum geht zu sparen. Bei Pauschalen habt ihr natürlich die Möglichkeit zu sparen, aber auch nur dann, wenn ihr vielleicht nur einmal im Jahr dorthin fahren wollt. Wenn ihr natürlich jetzt plant, öfters dorthin zu fahren, dann lohnt sich die Jahreskarte. Ich werde auch in den nächsten Wochen mal nochmal ein Jahreskarten-Update-Video machen und euch dazu vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr erklären können. Wenn ihr jetzt vorhabt, das erste Mal dorthin zu fahren und das Ganze mit einem Disney-Hotel, also dieses Komplettpaket zu genießen, dann ist natürlich die Pauschale eure erste Wahl. Und auch gerade jetzt, zu dieser Reisezeit, wo es etwas ruhiger ist, können ihr da auch schon den einen oder anderen Schnapper machen. Es lohnt sich immer mal wieder, auf der Disneyland Paris-Seite vorbeizuschauen. Dort stehen immer die Angebote. Und ihr seid durch die Zen-Flexibilität, die ihr im Moment habt, diese Zen-Garantie, die Disneyland anbietet, auch total flexibel. Also solltet ihr krank werden, sollte es wegen Corona irgendwelche Probleme oder Einschränkungen geben, dann müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Ihr habt dann die Möglichkeit, bis zu sieben Tage vorher den Ausflug entweder zu stornieren und bekommt euer Geld zurück oder zu verschieben. Also es ist schon so, dass das Ganze sehr flexibel ist. Also mein Tipp für euch, wenn ihr wirklich mal was Tolles erleben wollt und so und dieses ganze Komplettpaket genießen wollt, inklusive einem Disney-Hotel, dann bucht euch auf jeden Fall eine Pauschale. Tipp Nummer 3 ist Zeit mitnehmen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht jetzt denkt, okay, der Disneyland Park ist innerhalb von einem Tag abgegrast. Das kann man natürlich schaffen. Aber es gibt ja nicht nur den Disneyland Park, es gibt auch noch die Walt Disney Studios und das Disney Village. Also das Disneyland Paris ist schon ein riesengroßes Paket und da sollte man schon, gerade wenn man das erste Mal dort ist, ein bisschen Zeit mitbringen. Von daher auch immer wieder die Frage, wie viele Tage sollte ich fahren? Reicht ein Wochenende, so ein Freitag, Samstag, Sonntag? Reicht ein Samstag? Reicht ein Sonntag? Und, 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 und? Mein Tipp an euch, nehmt euch wirklich so ein Wochenende Zeit. Freitag, Samstag, Sonntag finde ich eigentlich sehr, sehr optimal, wenn ihr die Möglichkeit habt, in den Ferien, also nicht in den Ferien, in eurem Urlaub vielleicht, in der Woche zu fahren. Für drei Tage ist das natürlich dann nochmal besser und natürlich auch nochmal günstiger. Ihr solltet euch auf jeden Fall nicht abhetzen in diesen Parks, denn es gibt so viele tolle Details zu sehen und es ist einfach schade, wenn ihr einfach wirklich nur von Attraktion zu Attraktion hetzt und alles andere um euch herum vergesst oder gar nicht mitbekommt. Das ist einfach sehr, sehr schön, wenn man wirklich die Zeit hat und die Parks machen ja morgens schon sehr, sehr früh auf und im Moment sind sie auch bis um 19 Uhr, glaube ich, geöffnet. Das heißt, ihr habt den ganzen Tag Zeit und könnt den Disney-Zauber auf euch wirken lassen und das Ganze innerhalb von einem Tag abzugrasen, wäre einfach viel zu schade. So was machen wir, wie jetzt in der letzten Woche, wo ich mit Brina da war, natürlich dann schon mal ab und zu, dass wir nur einen Tag dort sind. Aber wir sind so oft über das Jahr verteilt und fast monatlich dort, von daher ist das für uns dann gar nicht so schlimm. Solltet ihr Erstbesucher sein, nehmt euch Zeit mit. Wie gesagt, mindestens mal zwei, drei Tage einplanen. Mein Tipp Nummer vier sind die Extra Magical Hours. Ja, der Park macht morgens immer so ein bisschen früher auf, gut anderthalb Stunden für Hotelgäste. Das heißt, für die Disney-Hotelgäste und für Jahreskarteninhaber. Und diese Zeiten solltet ihr, wenn ihr jetzt in einem Disney-Hotel übernachtet, natürlich auch ausnutzen. Wenn ihr euch natürlich jetzt schon sofort überzeugt habt und ihr habt auch direkt schon eine Jahreskarte gekauft, dann auch auf jeden Fall die Extra Magical Hours nutzen. Dort sind noch nicht alle Attraktionen auf, aber sehr, sehr viele. Und ihr habt dann morgens echt nochmal so ein bisschen Zeit, den Park so ein bisschen leerer zu genießen, ein paar schöne Fotos zu machen. Gerade wenn jetzt der Frühling einsetzt und es morgens einen schönen Sonnenaufgang gibt, dann sieht es sehr, sehr schön aus, wenn das Disneyland Paris in so einem Goldton gehalten ist. Also schon sehr, sehr schön. Lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Extra Magical Hours besuchen. Mein Tipp Nummer 5 ist die Disneyland Paris App, die auf keinem Smartphone natürlich fehlen darf. Ihr habt da natürlich einen ganz, ganz tollen Überblick über die beiden Parks, über die Wartezeiten. Ihr könnt euch da wirklich das einteilen. Also geht nicht ganz ungeplant in den Park. Das ist auch noch so eine wichtige Sache. Teilt euch wirklich die Attraktionen so ein bisschen ein nach Themenländer und lauft nicht so links und rechts und hin und her, damit es so ganz unkoordiniert ist, sondern arbeitet euch wirklich von Themenland zu Themenland durch und besucht dort dann die einzelnen Attraktionen. Und die App macht es euch natürlich dann nochmal so ein bisschen einfacher, da zu sehen, wie sind denn die Wartezeiten, welche Attraktionen gibt es dort überhaupt, welche Restaurants gibt es dort und, und, und. Gibt es Charakter, Meet & Greets, gibt es Shows? Da auf jeden Fall die App. Und in der App könnt ihr auch natürlich sehr, sehr viele andere Sachen machen. Ihr könnt euch über Showzeiten informieren, ihr könnt Restaurants reservieren, ihr könnt euren eigenen Account dort anlegen, da auch noch einen bestimmten Service nutzen, den ich euch gleich nochmal näher bringen werde. Deshalb auf jeden Fall für euren Erstbesuch auf jeden Fall die Disneyland Paris App herunterladen. Tipp Nummer 6. Ja, was ist die Nummer 6? Und zwar sind es die Charakter Meet & Greets und die Magic Shots. Ja, auch das darf natürlich bei gar keinem Disneyland Paris Besuch fehlen. Ihr müsst euch natürlich auch mit euren Stars treffen können. Im Moment natürlich noch auf Abstand, das heißt, ihr dürft jetzt niemanden umarmen oder kuscheln oder sonst irgendwas. Ihr habt immer noch so eine kleine Linie dazwischen, die euch dann so ein bisschen Abstand verschafft zum Charakter, was natürlich auch selbstverständlich ist, denn darüber haben wir ja schon mal gesprochen, für die Leute, die natürlich in so einem Kostüm, ja, es ist ein Kostüm stecken, ist das natürlich auch nicht so angenehm, wenn am Tag da, was weiß ich, wie viele hundert Menschen an denen vorbeirauschen, gerade zu diesen besonderen Zeiten. Ja, aber ihr solltet euch auf jeden Fall diese Charakter Meet & Greets nicht entgehen lassen. Auch die findet ihr in der App, da sind sie immer schön eingezeichnet, wo es dann Besondere gibt. Ihr habt natürlich die verschiedensten Möglichkeiten. Ein Klassiker natürlich, der auf gar keinen Fall fehlen sollte, ist Meet Mickey Mouse im Fantasyland. Und das könnt ihr eigentlich gar nicht übersehen, ist zwischen dem Alice-Labyrinth und Peter Pan gelegen, seht ihr auch auf der Karte. Dort könnt ihr dann Mickey, Minnie und Freunde treffen, ist immer eine sehr, sehr schöne Location. Ihr müsst natürlich da auch etwas anstehen, was die ganze Sache nicht so toll macht, aber es ist einfach ein ganz, ganz tolles Erinnerungsfoto, finde ich einfach, wenn man dort gewesen ist. Dann muss man auch den Chef persönlich getroffen haben, finde ich. Eine andere Möglichkeit sind die Magic Shots. Ja, die Magic Shots Fotografen oder Magic Shot Fotografen, die stehen an verschiedenen Stellen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die eingezeichnet sind in der App. Vorm Schloss gelegen, beim Plaza Gardens Hotel. Hotel sah ich schon wieder. Das habe ich in der letzten Woche schon immer gesagt. Weil wir hier bei uns in der Stadt haben wir ein Plaza Garden Hotel. Oder Plaza Hotel heißt es. Und deswegen immer, wenn ich dieses Restaurant höre im Distillent, muss ich automatisch an dieses Hotel denken. Und ihr wisst schon genau, was ich meine. Auf jeden Fall, davor gibt es dann meistens auch einen Magic Shot Fotografen. Das sind diese ganz besonderen Fotos, wo ihr fotografiert werdet. Und es wird dann etwas rein photoshoppt. Also entweder habt ihr eine Tinkerbell auf der Hand sitzen oder Chip und Chap oder A und B-Hörnchen sind dann neben euch. Oder Olaf steht auf einmal vor euch. Also es gibt die verschiedensten Sachen, die man da machen kann. Die sind immer ganz, ganz witzig. Und ja, im Zuge dessen solltet ihr vielleicht auch darüber nachdenken, wenn ihr sowas ganz gerne macht und davon auch tolle Fotos haben wollt. Nicht nur jetzt von diesen Magic Shots, sondern auch für den Character Meet & Greets. Ob ihr euch vielleicht nicht sogar einen Fotopass anschaffen wollt. Ja, was ist der Fotopass? Der Fotopass ist so eine kleine Karte, die ihr kaufen könnt vorne in Floras Boutique. Das ist direkt gegenüber vom Emporium. Und da habt ihr die Möglichkeit, das ist auch noch in anderen Geschäften erhältlich, aber ich, Floras Boutique ist für mich einfach so immer noch dieser Fotoladen. Es war damals wirklich so eine Art Kodak-Laden, wo man sich auch fotografieren lassen konnte. Von daher ist es für mich immer noch die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht um Fotos. Und dieser Fotopass kostet, ich glaube für das Jahr zwischen 60 und 70 Euro. Es gibt wohl auch noch eine Tagesvariante. Also ich bin nicht da wirklich zu 100% informiert, deswegen da solltet ihr vielleicht dann dort mal nachfragen. Und da habt ihr die Möglichkeit mit einem Code bei den Fotografen, wo ihr gerade seid, ob ihr jetzt bei einem Character Meet & Greet seid, da sind oft auch Fotopass-Fotografen. Natürlich bei den Magic Shots sind die auch mit dabei. Und dann habt ihr dort die Möglichkeit, diese Karte hinzulegen. Die wird dann abgescannt und dann könnt ihr über eine Webseite, die euch dann natürlich genannt wird, Fotopass.eu, mit eurem Code diese Fotos abrufen. Und die sind natürlich dann nochmal sehr, sehr schön. Die sind halt professionell gemacht und sehen natürlich dann auch noch ein bisschen schöner aus, als vielleicht das ein oder andere Handyfoto. Also habt ihr Lust auf Fotos, dann auf gar keinen Fall Character Meet & Greets entgehen lassen. Auf gar keinen Fall Magic Shots verpassen und schafft euch einen Fotopass an. Wir sind schon bei Tipp Nummer 7 angekommen. Und das ist natürlich Restaurants und Snacks. Ja, über den Tag verteilt werdet ihr natürlich auch Hunger bekommen. Wenn euer Geldbeutel es erlaubt und wenn ihr euch mal vielleicht was gönnen wollt, dann solltet ihr euch vielleicht ein Table Service oder ein Buffet-Restaurant gönnen. Das am besten nicht vor Ort buchen, denn wenn ihr jetzt schon wisst, zum Beispiel ihr fahrt in 4 Wochen oder in 6 Wochen oder noch später, dann bucht euch diese Restaurants im Voraus. Das könnt ihr in der Disneyland Paris App dann schon erledigen. Ihr habt dann eine Liste von den einzelnen Restaurants. Es gibt hier auf dem Kanal auch ein Video dazu, wo ich die einzelnen so ein bisschen durchgegangen bin und dann meine Empfehlungen genannt habe. Es gibt dort Menüs von 30 Euro bis 70, 80 Euro hoch. Es gibt die verschiedensten Sachen in Western-Style. Es gibt alt-amerikanisch. Es gibt Buffet-Restaurants, wo es alles Mögliche gibt. Also es ist eigentlich für jeden was dabei zu empfehlen. Natürlich auch Captain Jacks bei Pirates, wo ihr direkt an der Attraktion sitzt und die Bötchen an euch vorbeifahren. Also es gibt viele, viele tolle à la carte Restaurants in den Disney Parks und auch in den Disney Hotels, die ihr auch darüber buchen könnt über die App. Also nicht die Hotels, sondern die Restaurants dort. Auf jeden Fall, das ist der eine Tipp. Bucht euch euer Restaurant früh genug, also reserviert dort einen Tisch. Ihr habt auch die Möglichkeit, kurzfristig hinzugehen und zu fragen. Ihr hört mal, ist vielleicht noch irgendwo ein Tisch frei geworden? Das meistens durch die Leute, die ihre Reservierung nicht wahrgenommen haben oder vielleicht früher mit dem Essen fertig sind. Und, und, und. Es gibt da immer irgendwelche Möglichkeiten. Und natürlich habt ihr auch die Chance, dann noch kurzfristig einen Tisch zu bekommen, wenn ihr Glück habt. Aber, um auf der sicheren Seite zu sein, teilt euch eure Besuche richtig ein und reserviert die schon mal im Voraus. Ja, Snack-Counter gibt es überall. Es gibt die in den Walt Disney Studios und im Disneyland Park, da wo ihr natürlich Burger und andere Fastfood-Sachen bekommt. Da müsst ihr natürlich mit längeren Wartezeiten rechnen, je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr hinkommt. Es ist gerade so, also meistens ist es so, dass wir kein Frühstück dort haben und schon uns dann um 11.30 Uhr oder so bei so einem Fastfood-Counter anstellen. Da ist dann noch nicht so viel Betrieb. So richtig los geht es dann ab 12, 13 Uhr und dann sind diese Counter wirklich sehr, sehr voll. Ihr habt auch kleine Buden überall in den Parks stehen, wo ihr Kleinigkeiten kaufen könnt. Crocs Monsieur oder Chicken Nuggets und, und, und. Also es gibt da auch immer irgendwelche Möglichkeiten. Oder bei Casey's Corner vorne Hot Dogs. Crocs, auch da werdet ihr nicht verhungern. Wenn ihr natürlich etwas sparen wollt, dann packt euch etwas ein. Also es ist nicht verboten, Snacks und Getränke mit in den Park reinzunehmen. Ihr solltet natürlich keine Glasflaschen mitnehmen und auch kein Alkohol. Aber wenn ihr jetzt eure Plastikflasche dabei habt mit ein bisschen Getränken drin, also Wasser oder sonst irgendwas, Limo, Cola, was euch auch immer schmeckt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Und auch wenn ihr Snacks mitbringt, auch kein Problem. Was ihr natürlich nicht machen solltet, ist ein Picknick auspacken an irgendeinem Fastfood-Restaurant, weil das ist immer besonders schlecht, finde ich. Das haben wir ganz oft schon gesehen, dass wenn wir wirklich dann uns was gekauft haben und wir sehen dann, dass überall alle Tische besetzt sind mit Leuten, die dort ihr Picknick auspacken. Das ist in den Restaurants natürlich immer so ein bisschen blöd. Es gibt überall Bänke oder andere Möglichkeiten, wo man sich mal hinsetzen kann, um was zu essen. Aber lasst die Tische in den Restaurants auch den Leuten, die dort dann auch wirklich essen wollen. Das ist schon irgendwie sehr, sehr wichtig, wie ich finde. Tipp Nummer 8 ist das rechtzeitige Anstellen für die Parade, für die Shows. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist nicht so, wenn ihr jetzt in der Disneyland Paris App seht, die Show beginnt meinetwegen um 13 Uhr, dass ihr dann um 5 vor 1 dort seid und meint, ihr würdet noch einen guten Platz bekommen. Die Shows sind immer sehr, sehr gut besucht und von daher stellt euch immer früh genug an, auch bei der Parade, da füllen sich gerade die besten Plätze so in der Main Street oder vor dem Schloss schon sehr, sehr früh und das auch meistens schon eine halbe oder dreiviertel Stunde, bevor die Parade überhaupt losgeht. Ja, das ist immer so ein kleiner Kampf, aber wenn ihr eine gute Sicht haben wollt, wenn ihr schöne Fotos machen wollt und so, dann nutzt auf jeden Fall die Zeit und stellt euch früh genug an. Es ist bei den Shows und so nicht verboten zu filmen. In vielen Parks darf man ja Shows nicht filmen. Ihr solltet natürlich dann jetzt hier nicht das Licht auspacken und alle dann beleuchten, sondern wenn ihr einfach dann euer Handy drauf haltet, ohne vorne diese Lampe anzumachen. Das finde ich immer ganz besonders nervig. Kennt ihr das, wenn ihr im Freizeitpark seid? Zum Beispiel, das sieht man auch, wenn es im Disneyland ist, die Leute filmen Illuminations vorne mit ihrer Handylampe. Also die leuchten praktisch das ganze Schloss aus, vorne mit dieser kleinen LED aus dem Handy. Das ist immer ein Wahnsinn, wenn man dann in solchen Lichtkegeln steht, von Leuten, die dann meinen, sie würden bessere Bilder machen mit Blitz. Das ist auch immer so ein Ding. Deswegen, ja, auch bei Illuminations, wenn es dann wieder losgeht, am 16. Februar geht es ja wieder los, da früh genug auf jeden Fall anstellen. Wenn ihr eine Jahreskarte habt, dann habt ihr die Möglichkeit, euch VIP-Plätze auch für die Parade und für Illuminations zu reservieren. Also macht das auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und jo, das war schon der Tipp Nummer 8. Mein Tipp Nummer 9. Ja, der Premier Access Pass. Ja, das ist jetzt ein wirklich zweischneidiges Schwert. Meine Meinung zum Premier Access Pass habe ich ja schon mal kundgetan. Es ist, ja, es ist ein bezahlter Fast Pass. Es ist ein Service, den ihr nutzen könnt, auch über die Disneyland Paris App, wo ihr euch einzelne Attraktionen raussuchen könnt. Meint wegen den Big Thunder Mountain. Und ihr bezahlt 15 Euro pro Person, pro Fahrt. Und habt dann aber keine Wartezeiten mehr. Ja, das ist natürlich eine schöne Sache. Und ich weiß, dass viele das tatsächlich auch nutzen. Gerade Leute, die nicht sehr, sehr oft ins Disneyland Paris fahren. Nur alle zwei Jahre mal oder vielleicht einmal im Jahr. Die nutzen diesen Service gerne, weil sie natürlich auch alles dann erleben wollen. Ich finde, man kann das mal machen, wenn man das vorher schon in sein Budget mit einplant. Wenn man genau schon weiß, okay, ich gebe so und so viel aus im Disneyland Paris und 100 Euro, meinetwegen, nehme ich für diese Premier Access Pässe. Kann man machen, wenn man wirklich alles fahren will. Aber auf jeden Fall, wenn ihr zu so einer Zeit wie jetzt fahrt, ist es nicht nötig. Im Sommer sieht das natürlich dann auch nochmal wieder anders aus. Wenn ihr dann bei Big Thunder Mountain eine Wartezeit von 120 Minuten habt, ist es natürlich dann blöd, sich 120 Minuten dort hinzustellen. Das sind zwei Stunden, die ihr praktisch dann sinnlose Zeit in Warteschlangen steht. Da ist es natürlich dann schöner, diesen Service vom Premier Access zu nutzen. Aber Disneyland Paris ist ja auch nicht dumm, sondern diese Preise sind auch nicht immer gleich. Die sind sehr, sehr dynamisch. Je mehr los ist im Park, desto teurer sind die Preise beim Premier Access Pasta natürlich auch. Also da auf jeden Fall immer mal reinschauen. Es empfiehlt sich dann sowieso, wenn ihr die App viel nutzen wollt, können wir nochmal zur App zurückkommen, euch einen Disney-Account anzulegen, wenn ihr den noch nicht habt, damit ihr dann darüber dann auch alles Mögliche verwalten könnt. Weil eure Restaurantbuchungen oder auch diese Premier Access Pässe, wo wir gerade drüber reden, werden über euren Account gebucht. Und ja, es muss ja da irgendwie ein Nachweis da sein. Und jo, ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Wir haben das Glück gehabt, dass wir zur Weihnachtsfeier am 18. Dezember im letzten Jahr so einen Ultimate Premier Access Pass vom Disneyland Paris geschenkt bekommen haben. Das heißt, wir durften uns überall damit anstellen, so oft wie wir wollten. Das war eine ganz, ganz tolle Sache. Und ja, das hat auch kein Geld gekostet. Da war das natürlich dann gar kein Problem. Aber wenn ich jetzt überlege, 15, 16, 17, 18 Euro für eine Fahrt Big Thunder Mountain zu bezahlen, ist das natürlich schon eine Hausnummer, gerade wenn man vielleicht zu zweit oder sogar als Familie dorthin reist. Also das muss man sich dann schon genau überlegen. Und wie gesagt, mein Tipp, wenn ihr das machen wollt, dann rechnet das vorher schon in euer Budget mit rein. Wie die aktuellen Preise sind, wie die im Moment so sind, könnt ihr ja jetzt schon abchecken in der App. Mein Tipp Nummer 10, der letzte Tipp, ja, der ist jetzt so ein bisschen seltsam, ist so ein bisschen anders, aber ich finde, man sollte es trotzdem mal ansprechen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der oder die einen Jahrespass haben für das Disneyland Paris. Denn die Jahreskartenbesitzer haben die Möglichkeit, zum Beispiel mit der Infinity-Karte oder mit der Magic-Plus-Karte und auch mit den anderen Freundestickets zu kaufen, die sehr, sehr günstig sind. Das heißt, wenn ihr mit jemand Erfahrenem mal das Disneyland besuchen wollt, vielleicht auch mal nur einen Tagestrip machen, so wie ich das auch vielleicht ab und zu mal mache, dann ist es immer schön, wenn man so im Freundeskreis vielleicht da mal schaut, ob vielleicht jemand da ist mit einer Jahreskarte, so was zusammen planen, weil es ist natürlich immer schön, wenn man jemanden dabei hat, der den Park schon kennt und da so ein bisschen behilflich sein kann. Denn damit könnt ihr natürlich dann auch schon das ein oder andere sparen. Es ist 45 Euro oder so, kostet der Tag, wenn ihr mit einem Jahreskartenbesitzer dorthin fahrt, mit diesen Freundestickets, die man machen kann. Und Jahreskarte sowieso. Solltet ihr Blut geleckt haben und ihr wollt viel, viel mehr noch erleben, als die Tage, die ihr im Disneyland Paris dann gehabt habt, dann denkt über eine Jahreskarte nach. Denn schon ab dem zweiten Besuch, also wird sich sowas lohnen. Ich habe das ja eben schon mal gesagt, darüber werde ich dann auch noch mal ein aktuelles Video machen, wo wir das Ganze noch mal ein bisschen beleuchten. Also Jahreskarte ist auf jeden Fall was, was man nicht außer Acht lassen sollte. Denn ihr bekommt so viele Vorteile damit. Ihr bekommt das Essen günstiger, ihr bekommt auf Shoppen günstige, also Prozente. Das ist halt eben wirklich nicht von der Hand zu weisen, was man da alles so sparen kann. Und wenn ihr vielleicht jemanden kennt, wie gesagt, dann lasst euch das Ganze dann noch mal erklären oder fragt mal, ob ihr nicht vielleicht mal wirklich in einer Gruppe zusammenfahren könnt. Also das ist auf jeden Fall was, was ich schon sehr, sehr häufig gemacht habe mit Leuten, die noch nie im Disneyland war, dass ich das dann genutzt habe, die Freundestickets dann gebucht habe, um dann zusammen den Disneyland Park mal zu besuchen. Das ist immer eine sehr, sehr schöne Sache. Und ja, das war auch schon mein Tipp Nummer 10. Und ich weiß gar nicht, wie soll ich den nennen, den Tipp Nummer 10? Ja, traut euch mal mit einem Jahreskarteninhaber zu sprechen. Ja, ich würde sagen, das waren sie auch. So die wichtigsten Sachen, die mir jetzt dazu auf jeden Fall eingefallen sind. Es gibt noch viel, viel mehr Sachen, Kleinigkeiten, die man natürlich beachten kann. Es ist ganz oft, bekomme ich diese Nachrichten, wo es dann heißt, hier, kannst nicht mal so ein paar Tipps und Tricks sagen? Was sollte man auf jeden Fall machen? Was sollte ich auf jeden Fall besuchen? Welches Restaurant soll ich machen? Welches soll ich hier und da und was weiß ich? Ich versuche das Ganze immer in einzelnen Videos hier aufzuteilen, weil es einfach sonst viel zu mächtig wäre. Genauso wie mit den Hotels, mit den Restaurants. Das habe ich ja schon bereits erledigt. Ich habe schon zwei Themenländer angesprochen. Einmal die Main Street USA und das Frontierland. Die anderen folgen dann auch noch. Und da ist es ja dann auch so, dass wir dann die einzelnen Sachen dort nochmal beleuchten. Das Ganze ist halt eben sehr, sehr komplex und alles sehr, sehr groß und auch für mich manchmal noch sehr, sehr unübersichtlich. Auch ich vergesse immer mal die ein oder anderen Sachen. Wenn ich mir dieses Video dann beim Schnitt oder so dann nochmal anschaue, denke ich, okay, du hättest jetzt noch dies und das und jenes sagen können. Aber der YouTube-Kanal hier, der schließt ja jetzt nicht in den nächsten Wochen. Von daher gibt es da noch genug Möglichkeiten, euch immer noch weiter mit Informationen zu versorgen. Und ja, wie gesagt, mir fällt da immer wieder was Neues ein. Ja, wann steht der nächste Disneyland Paris Besuch denn auf dem Plan? Schon ganz, ganz bald. Nämlich in zwei Wochen sind wir wieder da für ein komplettes Wochenende. Das ist das letzte Wochenende dann, bevor dann die Celebration dann so richtig losgeht. Die geht ja am 6.3. los. Also dieses Wochenende ist nicht das Wochenende vor der Celebration, sondern für uns das letzte Wochenende, was wir dort erleben, ohne den 30. Geburtstag. Nächste Woche geht es nach Hamburg zur Eiskönigin. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich freue mich da schon so lange drauf auf dieses Wochenende. Und ja, werde euch da natürlich dann auch mitnehmen. Das ist dann nochmal eine andere Art von Vlog. Ich bin mal gespannt, ob euch das auch interessiert. Wenn ihr das Musical jetzt schon gesehen habt, dann könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich auch über eure Meinung. Ansonsten werden wir das Ganze nächste Woche nochmal so ein bisschen besprechen. Wenn euch dieses Video jetzt hier gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall wieder über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das auf gar keinen Fall verpassen. Also schön auf den Abo-Button drücken. Und vielleicht auch auf die Glocke, damit ihr auch keins der nächsten Videos mehr verpasst. Wir sehen uns schon ganz bald wieder. Das ist ein Versprechen. Wir sehen uns in Hamburg. Ich hoffe, dass alles gut geht. Im Moment ist ja auch immer alles so dynamisch. Und da bimbert man irgendwie jeden Tag, wenn man irgendwelche Ausflüge gebucht oder geplant hat, dass auch wirklich alles gut geht. Aber ich bin guter Dinge. Wir schaffen das. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Bis dahin. Bye, bye. ! Bye! Untertitelung des ZDF, 2020